Einen wunderschönen Willkommen zum ersten Stream im neuen Jahr 2021. Willkommen zu Cyberpunk 2077. Ja, wie gesagt, das ist der erste. Ich hoffe, alle sind soweit durchgerutscht und zwar richtig gut durchgerutscht. Und wir spielen einfach weiter. Wir spielen einfach weiter. Ich weiß gar nicht, es sind jetzt ein paar Tage her. Also es ist schon ein ganzes Jahr ist das her, seitdem wir das letzte Mal gespielt haben. Ja, das war noch irgendwas genau. Ich kann mich noch daran erinnern. So ein bisschen jedenfalls kann ich mich noch daran erinnern. Wie sieht es denn eigentlich mit den Questen aus? Wir werden heute wieder ein bisschen Hauptmissionen machen, aber eben halt auch wieder Nebenmissionen, logischerweise. Jetzt haben wir hier Aufträge sehr hoch. Ach, ähm, die könnte man vielleicht machen. Wo müssen wir denn dazu hin hier? Im Digi-Twister? Das ist ja fast um die Ecke. Wobei, warte mal, was ist hier? Hier ist auf alle Fälle, also hier müssen wir zuerst hin. Da sind Tarot-Karten. Und was haben wir hier? Kleptomanie. Und, ja, ich glaube, der Weg für den ersten Part ist jetzt da durchdekliniert. Wir werden uns hier, was ist das hier? Die Koyoten, die kaufen wir nicht, aber die Kleptomanie ist gut. Und hier sind wieder ein paar Sachen so nebenbei. Und hier auch. Hier ist alles so nebenbei, irgendwie. Ich markiere das mal separat. So. Ähm, wo bin ich eigentlich? Ach ja, das war hier. Die roten Genossen. Genau, das waren die roten Genossen. Da haben wir beim letzten Mal ganz schön gesucht, hier irgendwie. Uh. Bitte was? Okay. So, erstmal wieder, erstmal wieder reinkommen. Ich glaube, hier ist er hier ganz praktisch. Ich hoffe, das funktioniert da unten. Ei, 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 ei. Heupert ein bisschen. Heupert ein bisschen. Heupert ein bisschen. Ähm, wir müssen nicht gut da. Genau, da. So, so. Oh, super. Au, au, au. So, hier ist ein Graffiti. Ah, da. Haben wir. Sehr schön. Das kriegen wir bestimmt dann auch irgendwann durch. So. Ach, wir sind. Oh, nee, nee, nee. Da wollen wir jetzt doch gar nicht hin. Logischerweise. So, wo wollte ich denn jetzt als nächstes hin? Als nächstes. Nee, da auch nicht. Hä? Da wollten wir hin, ne? Nee, auch nicht. Da drunter. Das da. So. Das ist die Hauptmission. Das machen wir später. Was? Was? Ich bin aber bis vorbeigefahren. Was? Schön sieht's aus bei Nacht. Mal gucken, ob hier irgendwas ist. Nö, hier ist nix. Weiter im Text. Das ist auch nix. Nö, hier ist nix. Nö, hier ist nix. Vollspeed hier. 165. Mal hin. Was? Was haben die da gesprochen? Schön ruhig. Von was denn? Oh, jetzt sind wir, glaube ich, da. Was geht, hm? Ja, was geht. Okay. Hey. Hast du von Militex neuer mobiler Radareinheit an der Grenze gehört? Nein. Die ist schlecht für die alte Kaldos, das Geschäft und vor allem für mich. Ich will wissen, wie das Ding tickt. Aber zuerst muss ich es in die Finger kriegen. Also beschaff mir das Teil und ich werde dich saftig entlohnen. Oh, saftig. Details von bei. Okay, Details von bei. Wir schauen mal rein. So, die Badlands sind ein empfindliches Ökosystem, in dem jedes Element eine wichtige Rolle spielt. Wenn man auch nur einen Aspekt verändert, gerät das gesamte Gleichgewicht aus den Fugen. Militex scheint das nicht zu verstehen und hat eine große Operation gestartet, um die Grenzen zu befestigen. Sie haben einen mobilen Radarprototypen, den sie derzeit in ihrem neuesten Außenposten aufheben und mit dem sie Transporter der Aldecaldos trecken können. Wenn wir das Gerät in die Hände bekommen, können die Aldecaldos ein Störsignal kreieren, das dieses neue Militex-Spielzeug ganz leicht ausbootet. Wenn die Transporter wieder unsichtbar sind, ist das Gleichgewicht im Ökosystem wiederhergestellt. Na klar ist es das. So. Ihr wartet hier. Ui, was ist das hier für eine Karre? Ach, das ist, was wir kaufen können. Jo. Kann es schießen? Jo. Schick, schick. Schick, 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 schick. So, das sieht jedenfalls nicht gut aus, aber, guck mal, wir können den hier wahrscheinlich umpolen. Ui, 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 das ist teuer. Umgepolt. So, ich hoffe, du schießt auch dementsprechend. Wahrscheinlich nicht. Das ist die mobile Station da oben, ne? Ne, ist ein Flutlicht. Ach, das da. Darum sind überall so ne... Ey, ich hab dich doch umgepolt. Was ist mit dir los hier? 5, 5, 5, 5, 7, A, 5, 5. Wir fangen mit ein 7, A an. Äh, 7, A, ne, 7, A, 5, 5. Ne. Doch, 7, A, 5, 5. Warte mal, so. So, 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 so. So, Speicherkapazität überhöht. Das ist schön. Warum, warum, warum schießt das Ding nicht? Weil das nur nach vorne guckt. Oh, jetzt muss ich wirklich alle hier hacken auf der Ecke. Irgendwo haben wir da... Ruhig. Irgendwo haben wir da bestimmt noch... Da oben ist noch ein... ...ein Typ. Ist doch gut hier. Mensch. Bin auf Mission. Oh, da ist ein Roboter. Also hier, ja, ein Roboter. Den könnten wir kurz schließen. Was passiert denn dann? Du hast aufgefahren, dich zu zeigen. Ich glaube nicht, wa? Wie sieht der aus? Ich sehe nicht, wie viel Schaden der schon hat. Oh, was macht der denn? Ein Kurzschluss hinterher. Oh, der hält aber was aus. Der ist aber gleich weg. Einmal nochmal ein Kurzschluss. Schlutz. So. Piu. Ich bin irgendwie außerhalb des sichtbaren Bereichs. Oder des Dingsbereichs, ne? Aber meine Waffe, die... Bisschen seltsam. Warum nicht? Datenleiter. Das ist ein... Flutlicht. Ne, Flutlicht will ich nicht. Flutlicht. Das können wir halt normal hacken. Hm, Eismaschine. Warum ist... Ich hab den doch umgepult, oder nicht? Ist doch meiner. Glaube ich zumindest. Wir könnten um auf den Turm gehen. Oh, was ist das da? Was bist du? Ah, das ist wieder ein Geschützturm. Okay. Aber... Irgendwie... Ah, jetzt ja. Um holen. So, der ist jetzt auch meiner. Pssst. Hab ich jemand gesehen? Nee. Leise. Hier ist doch jemand. Leg die Waffe weg und komm raus. Der ist oben, ne? Ja, der ist oben. Ich bin unten. Was? Och, nö, nö. Wurde ich echt gesehen? Ergib dich. Du kannst nicht entkommen. Okay. Ich probier's. Huch. Ja, du löst dich. Ui. Okay, ich... Mit dem letzten Rest hab ich's noch geschafft hier. Ui, 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 ui. Das mit dem Zoom ist manchmal ein bisschen kompliziert. Wohin ich hab... Jetzt. Das ist das Falsche, aber ist egal. Wie war das? So. Aua, 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 aua. Ich glaub, die sind... Die sind ein bisschen schwer. Ja. Vor allem der da hinten. Komm her, komm. Okay. Ist hier noch jemand oben, nö, ne? Hä? Achso. Die kommen jetzt gerade hoch. Oh. Hä? Wo, wo? Ist irgendwo ein Roboter da oben? Huh. Okay. Ich weiß doch Bescheid. Oh. Komm, gib mir deine... Gib mir deine Sachen. Oh. 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 Schwerer Schütze. Oh. Okay, wir haben nicht genügend Punkte zum Hacken gerade. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. So. Immer noch nicht genug. Oh, die werden zurück. Oh. Der hat zurückgeworfen. Ey, Alter, was halten die denn aus? Vor allem aus der Distanz, ja? Ach, nö, da kommt noch einer. Hab dich. Einer ist noch auf dem Weg, ja, ja? Huh. Oh, oh, das war nicht so gut, das war nicht gut. Das war nicht gut, verdammt. Verdammt. Leider kriege ich den nicht für meine... Obwohl, ich kann ausschalten. So. Danke, danke. Aber einer ist noch. Da gucken wir mal wieder. Ich glaube, hier kann man nichts optimieren gerade. Ähm, 1C, E9, 1C. Okay. 1C können wir gar nicht anfangen. Das ist da super. 1C, E9, 1C. Ne, 1C. Ne. 1C, E9, 1C. Ne. 1C auch nicht. Ui, 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 ui. Aber das wird nicht so einfach. Dann machen wir mal 1C. 1C, 1C, B, D, B, D, B, D, ne. 1C, B, D, B, D, ne. Auch nicht. 1C. 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 Das geht gar nicht. Das geht alles nicht. Oh, oh. Frohes Neues, Wolli. Frohes Neues. Ei, 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 ei. Das war aber jetzt, das war jetzt unschön. Ähm. Mit E9 können wir nicht anfangen. Das ist wieder typisch. E9, äh, 1C, 1C. Damit kriegen wir das schon mal weg. 7A. Toll. 7A, 1C, 5, 5. Dann machen wir es so. Ist ja was drin, ne, ist nix. Wir haben noch einen Roboter haben wir da oben. Okay. Ich glaube, der... Ach so? Mich hat gar keiner gefragt gerade. So, von wegen verweigert Kooperation hier. Neujahr war unschön oder das im Spiel? Nee, das ist im Spiel. Neujahr war okay. Alles gut. Wenngleich für mich ein bisschen zu viel Geballere war. Aber Neujahr war soweit in Ordnung. Mach das mit dem Keks. 1CC, 5, 5. Mach mal. 1CC, nein. 1CC, 5, 5. 1CC, 5, 5. BD, 1C, okay. 1C, 1C, 5, 5. Oh, das war zu weit. Aber egal. BD, 1C. So. So, was haben wir hier hübsches noch drinnen? Nix weiter, ne? Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wir brauchen sehr viel Kohle. Was war da? Aha. Fast übersehen. So, die Waffe, die wir jetzt haben, die behalten wir mal noch an. Wie? Ist immer noch Kampf? Okay. Achso, für den Radarwagen. Das wird der sein hier, oder? Ja. Hier bist du auf der Hecken? Kann ich nicht. Wieso nicht? Blink, blink. So, BD, 1C. BD, 1C. 5, 5. Ne. BD, 1C. 5, 5. 1, C, 5. Okay. BD, 1C. War verkehrt gerade. Ach, ich Idiot. 5, 5. Jetzt fehlt mir nämlich das 1C. Toll. Super. 1C. Und der ist auch vergeiget. Ah. Mist. Mist. Mist, Mist, Mist. So. Gib mir die Sachen hier. Komm, du hast doch irgendwas bei dir. Ich komm da nicht ran. Mist. Mist. Oh. So, aber jetzt nochmal genau aufgepasst. Wir könnten alles mit einem Rutsch schaffen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir könnten es schaffen. Also, wir fangen mal an. Wir fangen mal an. 7, A. 5, 5, 5, 5. 1, C. 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. c1c dass das batch auf wie ruhig laut ist gestern war das war also hier in der ecke war es relativ erträglich also man merkt aber trotzdem dass definitiv keine reste von vom letzten jahr waren da hat sich der ein oder die andere anderweitig besorgt die sachen aber in der stadt drüben so drei vier fünf kilometer luftlinie weiter da hat man wieder gedacht es war weniger als sonst ja aber man hat gedacht da war der weltuntergang wieder okay und los geht's und halt 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 wieso zeigt er mir das jetzt erst das finde ich nicht in ordnung hier mich erst dran vorbeifahren lassen um mir das zu zeigen übergewicht ich habe übergewicht inventar was können wir denn zerlegen hier erst mal nichts haben wir hier irgendwas billiges nein hier kopfbedeckung ja reicht aber nicht rucksack was haben wir denn hier hinten noch drinnen ach so waffen waffen hier sowas billiges das das und das reicht schon was wo kommt ihr denn her wo kommt denn die her nicht stehen bleiben okay der liegt schon der liegt ganz weit unten okay schnell weg hier schnell weg ja das bisschen war trotzdem stressig das stimmt wenn man bedenkt bei der menge an verletzungen teilweise irgendeiner hat den kopf verloren hier bei uns das hat auch so im land brandenburg hat auch jemand das nicht überlebt und wenn man dann sich das überlegt wie hoch für das event für diesen zeitraum die sterberate die todesrate und verletzungsrate ist fragt man sich warum sowas überhaupt erlaubt ist während andere sachen sehr wohl sehr wohl weil es nicht verboten sind als schutz so meine freunde hier ist die karre okay ein stück zu was denn da da sehr 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 schön großartige arbeit wie wirklich genial meine leute schrauben schon am radar herum als kleine überraschung familitech deine bezahlung kommt sofort gut gemacht wie 10.000 bitte komm wie viel kriegen wir denn und da schraubt doch gar keiner ist doch gelogen hier so wo ist mein geld ich will mein geld ich will mein geld ich will mein geld hier haben wir noch einen verdacht auf organisiertes verbrechen das nehmen wir mal mit da siehst du pünktlich vor mir ui was ist das denn versteckt im tiefen tiefen wald achtung an alle ncpd subunternehmer verdacht auf organisierte verbrechen an der i9 die verdächtigen sind für eine reihe von diebstählen in den badlands verantwortlich die gruppe wird von bruce ward angeführt und gehört zu der sogenannten wraith gang die behörden von night city bieten eine belohnung für ihre neutralisieren das sind ein paar die da langton schade dass man nicht zoomen kann das ist ein bisschen doof wenn man fokus auf etwas hackbares hat ich kann jetzt auf ihn jetzt kann ich nicht mehr zoomen weil jetzt das logischerweise hier das mod beziehungsweise nicht mod äh quickcake auswahlmenü kommt so weg mit dir schadet oder lohnt zwar noch nicht ganz hier weil wir können aber noch überhitzen hinterher so bam du erwartest echt dass ich nach dir suche was hab ich gesehen ne ne noch nicht he he bom bom uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Nach, nach. Jawohl. Weg, weg. Weg, weg. Ey, du schwebst in der Luft. Oh, was ist das hier? Ein Schema. Haltet euch bereit. Warte mal, lesen wir mal. Ich habe Infos zu Biotechnikerübergabe. Hier ist die Route, der Koordinat nicht verfügbar. Wartet irgendwo unterwegs, überfällt den Konvoi und holt euch die Fracht und versaut es nicht. Aber vorsichtig beim Tragen. Der Scheiß ist radioaktiv. Der Boss hat schon Ideen, wie wir das Zeug einsetzen. Ja, das ist ja mit diesem, wir fahren einfach mal irgendwo hin zum Skigebiet in der Hoffnung, wenn man rankommen könnte. Und da aber schon von vornherein gesagt wird, ey, kommt nicht hierher. Hier ist kein Platz. Es ist alles zu und ihr steht im Stau. Ich meine, clever. Ich weiß nicht, was in den Köpfen der Leute vor sich geht, aber das sind leider nur Sachen, wo wir mahnen können. Da müssen andere Kräfte agieren und aktiv werden. Leider. So, zerlegen. Äh, was haben wir denn hier? Ach, das können wir hier. Das, so, weg mit dem Ding. Und Tierhebel. Skalpell. Das war die ikonische Waffe genauer. Dann schmeißen wir lieber die weg hier. So, was haben wir denn hier noch Hübsches? Sortiert nach Quali. So, erstmal den weißen Kram weg. Oh. Okay. Was haben wir denn hier eigentlich hinten? Guck mal hier, liegt nebenher. Wow. Das ist ein schweres Maschinengewehr. Warte mal, jetzt ein offizieller Befehl. Hey, Joe, ich soll die Ausrichtung, du sollst dich um den Müll kümmern. Außerdem soll ich das hier hinzufügen, weil die Sache von offizieller Stelle kommt. Aha. Artikel 195 Entsorgung, Lagerung von gefährlichen Abfällen. Derartige Abfälle müssen wie folgt gelagert werden. In einem Behälter, der für die Lagerung gefährlichen Materialien geeignet ist. In einer Entsaugungsstelle unter der Erde. In einer Einrichtungsverarbeitung von Aushubabfällen. Besos. Ja, aber über März rede ich nicht. Das, äh, wir, ich kann nur hoffen, er bleibt uns allen erspart. Oh, hier ist noch was lilafarbenes. Epische Upgrade-Komponenten. Sehr schön. Hier noch irgendwas Hübsches? Nö. So, ich denke mal, das sieht ganz gut aus. Bis auf die Waffe, aber die brauchen wir jetzt ja nicht. Zerlegen können wir sie eh nicht. Okay. Haben wir noch irgendwas hier? Hier haben wir auch noch einen Überfall im Gange. Und hier haben wir noch, nee, das will ich ja gar nicht. Hier haben wir noch eine Verbrechensmeldung. Die schnappen wir uns dann mit. Die ist da hinten. Schön geradeaus fahren. Okay, also habe ich nichts Großes oder zu überflächlich übersehen bei Tell Me Why. Das ist gut. Weil du warst ja mehr oder weniger schon vorbereitet darauf, dass man suchen muss. Aua, hier waren wir schon mal. Dass man suchen muss und hast selber das ein oder andere übersehen. Das beruhigt mich etwas. Ich sollte wohl nicht hier zwingend durchfahren, aber ich bin jetzt schon mittendrin. Ich stand nur dabei. Weg mit den Bäumen, die stören. So, jetzt aber. Was ist hier los? Neutralisiere die Bedrohung. Hier ist doch gar keine Bedrohung. Ich speichere mal lieber. Was bist du denn für einer? Archiviertes Gespräch. Militech muss irgendein Update gefahren haben. Kann sein, aber trotzdem habe ich den Zugriff auf das Wettersystem verloren. Und wenn mir das passiert, dann geht das auch für die anderen. Schon klar. Ich brauche den Zugriff, um Sandstürme genau vorhersagen zu können. Schließlich seid ihr Wraiths. Genau, okay. Ich packe mein Kram zusammen und komme zu dir. Okay, ich warte. Wie läuft's so? Machst du schon was? Bin auch unterwegs. Ich rufe dich in eine Stunde an. Okay, sei vorsichtig. Es könnte Militech-Portorien in der Nähe geben. Kletter das Windrad hoch. Hacke halt, was du hacken musst und dann hau so schnell wie möglich ab. Ja, ich weiß, was ich zu tun habe. Na dann. Also, Harry, hat's geklappt? Ich würde mal sagen, der ist ein Windrad hochgeklettert, oder? Das da? Warst du schon? Waren wir es erledigt? Schauen wir nicht. Ich geh mal zum Fuß schnell rüber. Zum Windrad. Wahrscheinlich geht's da weiter. Es sind alle Menschen, die Leidtragenden. Es sind nicht nur Kinder, die Leidtragenden. Es sind alle Menschen, die Leidtragenden. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Deswegen müssen alle zusammenstehen. Es geht nicht anders. Der ist zu weit weg. Da ist einer. Ich bin zu weit weg dafür. Weg mit dir. Den hat's nicht zerlegt, ne? Oder? Nee. Speicherlöschung. Überhitzung hinterher. So. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Wieso? Ihr wisst doch gar nicht, ob das ein Angriff war. Gleich nochmal einen Kurzschluss hinterher. Ping. Der lebt immer noch. Ah, die gucken an der falschen Stelle. Sehr gut. Okay. Okay. Ich glaub, die kommt zu mir. Oh. Und tot. Nummer 1 ist weg. So, ich warte, bis das oben wieder... Kann ich machen. Aufgeladen ist. Komm. Der kriegt nochmal hier einen Kurzschluss hinterher. So. Bang. Damit ist er auch weg. Jetzt bleibt nur noch einer übrig. Der da hinten gerade kommt. Aber... Ich hab erst anderthalb zwei. Jetzt hab ich. Ausreichend. Nee, ich hab nicht ausreichend. Warum? Oh, der ist ein bisschen größer, deswegen. Ein C, ein C, ein C. Das kriegen wir hin. Ein C, ein C, ein C. So, was kann ich jetzt machen? Jetzt können wir einen Kurzschluss hinterher jagen. Auf der Stelle hergeben. Komm, nicht abhauen. Ich brauch dich. Jetzt. Nochmal einen Kurzschluss hinterher. So. Und nochmal ein Überhitzen hinterher. Tschüss. Oh. Aber jetzt. Sehr gut. So muss das sein. Guck mal. Und keinen einzelnen Schuss abgegeben. Oh, der... Feindlicher Bereich. Okay. Hier könnte ich jetzt losfahren. Will ich aber nicht. Fertigkeitssplitter. Ach, siehste. Die muss ich ja auch nochmal gucken. Hier gibt's noch Fertigkeitssplitter. Falsche... Äh, falsche. Epische Upgrade-Komponenten. Was? Wer schießt jetzt auf mich? Wer kommt jetzt? Kommt wer? Nü. Können wir mit dem Ding fahren? Ja, können wir. So, hier können wir uns noch... Nee, hier können wir nix hacken. Alles schick. Da oben können wir vielleicht was hacken. Warte. Vorsichtig. Ja. Uh, da ist noch ne... Aber hacken... Nein, können wir nicht. So, ich muss mal kurz gucken. Wo finden wir denn diese komischen Splitter? Die Splitter scheinen ja permanente Upgrades zu sein, oder? Ach, hier, unter Splitter. So, warte mal. Ich klapp die mal zusammen. Sind das die Technologiesplitter? Nein. Notizen auch nicht. Sonstiges? Nee. Literatur? Nee. Broschüren? Personen? Wo unterfallen denn diese Splitter? Technologie-Splitter wahrscheinlich, ne? Nee. Sonstiges? Wahrscheinlich, ne? Neu, 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 neu. Zitat, Fluchtplan, gelöscht, archiviert. Ich war bloß nicht so schnell genug. Wo runterfallen die Splitter? Oder sind das Weltsplitter? Nee. Sonstiges? Nee. Notizen? Performen ist ja gut, keine Veränderung. Das sind die Puppengeschichten? Nee. Was ist hier? Ich wusste es. Das war eine Mission. Broschüren? Personen? Jetzt mal im Ernst. Literatur? Vielleicht fällt es da drunter? Als Upgrade? Nee. Hä? Sonstiges? Ich hab keine Ahnung. Worunter zählen diese komischen Splitter? Oder die fallen, äh, als, als Inventar. Cyberware? Irgendwelche Splitten? Das muss ja, muss ja, ein, 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 ein Gegenstand sein. Ein Verbrauchsgut oder so ähnlich. Ähm, nach Qualität. Wir sortieren mal nach Qualität. Haben wir da irgendwas? Speicherschips? Nee. Ja, ich hab keine Ahnung. Worunter fallen die Dinger? Das sind bloß die Quick-Hack-Komponenten. Ähm. Sollten wir hier Granaten wieder umtauschen? Tauschen. Ähm. Bio-Granate. Aufklärung. Aufklärung. EMP. Hier haben wir eine normale Splitter-Granate. Und Blend-Granate. So, wir tauschen mal gegen den normalen. Ähm. Tja. Tja. Wo kriege ich die, die Splitter her? Oder sind die automatisch benutzt? Ich glaub nicht, dass die automatisch benutzt sind. Ich, ich, äh, guck mal kurz durch. Das war jetzt ein bisschen ungünstig, aber... Weil das waren ja dauerhafte Upgrade-Sachen. Nee, das ist... Das kann das nicht sein. Fluchtplan auch nicht? Nee. Äh. Auftrag, Auftrag, Dringend, Nicht-Gesendeten. Nee. Die Notizen sind's auch nicht. Das sind nur die Berichte. Ein paar davon haben wir auch so schon gelesen. Literatur ist es wahrscheinlich auch nicht. Im Sinne von, äh, wenn du das liest, hast du dann automatisch ein Upgrade durchgemacht. Broschüren? Nee. Keine Ahnung. Ich glaube, das kommt automatisch, oder? Nee, das sieht aber nicht danach aus, dass es automatisch ist. Ich versteh's nicht. Weiß das jemand? Zufälligerweise? Ich weiß es nämlich nicht. So. Hier ist noch was drin. Danke. Hier ist auch noch was drin. Nochmal danke. Und... Ja. Ich würd's sagen... Hm. Hm.